Mario Kart wird bei uns on-stream Mittwoch immer von 9 bis 21 Uhr gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn Dalu dabei ist, gebe ich eigentlich immer recht schnell auf, Erste zu werden. Aber es macht trotzdem mega Bock und wir zerstören sehr, sehr viele Freundschaften Mittwoch, jede Woche im Stream. Ihr kriegt jetzt mal so einen kleinen Supercut von unseren Mario Kart-Runden und den Gehirnzellen, die ich und alle anderen verlieren. Wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, Vlesk, das kenne ich bei Mario Kart, zerstört sich bei mir auch immer alles, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert einen zweiten Kanal, falls ihr nicht gemacht habt. Ich wünsche euch was. Tschüss. Franzi ist vor mir, bin ich Letzter? Warte, ich kümmere mich kurz drum. Warte kurz, Dalu, ja? Tülefehler. Ja, mach die fertig. Schieß auch noch drauf. Wenn sie sich dreht, mach ich den Besten. War schon? Jetzt du? Oh shit. Oh fuck. Warte, ich hole mir kurz nochmal ein Item. So, jetzt wirf nochmal den Bummer nach hinten. Hey, der hat nicht getroffen. Warte mal. Lass mal zusammenfahren, oder? Ja, ja. Scheiße. Der hat eine kleine Sau. Ja, Franzi, ich bin auf einmal ein Siegter geworden. Da kommt wirklich ein Blauer. Da kommt wirklich ein Blauer. Das heißt, richtig weit hinten. Ich bin kurz davor, erster zu werden. Vlesk! Was solltet ihr? Ne, da nehme ich, ich nehme dich mit. Gar nichts. Mir reicht's. Das ist doch wirklich Käse, was du da gespielt hast. Das ziehe ich jetzt noch vorbei. What? Die ganze Zeit erster, ne? Wegen dem blöden Blauen. Mein WLAN ist kaputt. Können wir nochmal? Ja, ich hatte auch ein Disconnect gerade. Was? Hast du auch draußen, Vlesk? Ja, ja. Deswegen bin ich Sechster geworden. Jetzt eine andere Erklärung dafür. Ich kann warmes Bier mit Honig empfehlen. Oh nein, dann liege ich flach. Hä? Dann liege ich flach. Das muss nicht schmecken, das muss wirken. Denkst du, das macht beim Fasten die großen Unterschied, Tim? Da kommt ein Blauer Panther, den ich abwehren muss. Och, come on, Vlesk! Ja, dann fahr doch nicht an mir vorbei. Wie? Ich fahr doch nicht an mir vorbei. Was soll ich machen? Hinter dir warten? Ja. Oh, scheiße. Oh, Mann, ey, I'm sorry. Ah, Leon. Ich will komm, ich will nicht mal mehr. Siehst du, das ist Karma gewesen, Leon. Das war Karma. Oh, scheiße. Hey! Was ist ein Screenshot? Mann. Ach, Mann, wer war das denn? War ich nämlich aber für nicht schlimm. Irgendwer hat mir eine Banane vor das Auto gelegt. Ja, du bist eher die Schwester, aber das ist... Wer hat diese Bastardbombe gemacht? Hey! Das war... Das war meine. Mann, Leon! Fünfte Mal, dass du mir eine Banane vor das Auto legst. Frau Franzi macht ja mal ernst, jetzt sehe ich. Wie soll ich da rankommen? Es ist einfach not possible. Warum hat der Blaue das nicht auf Kiara gegangen? Weil ich nicht erster bin. Warum? Nein, das war das Problem. Oh, weil ich es geklacht habe. Achso. Was denn? Boah, der kann... Du hast mir die genau dann gekonnt, oder? Du hättest mich auch gekriegt, nur weil ich... Ich bin Dallus Endgegner heute. Das ist ja echt geil gewesen. Nein, das war wirklich genau vor der Ziele gestandig. Und du bist Bart einfach nur so frech in mir vorbeigefahren. Ey, das müsst ihr wohl alle ehrlich sein, dass die Spiele halt echt nicht gut entwickelt. Da hast du vollkommen recht. Ja, ich bin da voll... Du bist nicht gut entwickelt. Das stimmt, ja. Guck dir, was sagst du jetzt, Kiara, ne? Kein Comeback möglich. Oh, da wusste ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Das war zu krass. Wie sich die Pokémon fühlen, ist ja auch egal. Also, Regel war, keine legendären Pokémon, alle Gegner haben nur legendäre Pokémon. Hä? Ah, Blitz! Ja, das ist Karma! Ich... Aber ich... Aber ich war doch schnell genug, oder nicht? Also nur, wenn man geradeaus fährt, oder? Nein! Okay. Ja, aber dann hätt ich die ähnlich deutschen können. Oder ever. Ich hab auf dem Minimap gesehen, dass der blaue... Tim, geh mal weg jetzt! Das hab ich doch nicht gesehen, Mann! Die Leute, die auf die Mini... Ich bin heute... Ich bin heute auf Anfeindung getrennt. Nein, jetzt lefet ihr da schon wieder die Banane hin! Gib mir den Windschatten jetzt! Jetzt rottet... Ne, den Windschatten, nicht die Bombe. Och, Komm! Würde nicht. Irgendeinen treffe ich doch, oder? Ne! Ach, Mann! Ähm... Niemanden? Okay... Ich muss jetzt aufholen. Und dann wäre mir alle meine Pilze geklaut. Ich bin so sauer. Oh! So, dann komm, lässt wir die Pilze an. Und dann klaut mir jemand alle meine roten. Es ist so frech. Geh weg. Ey, es ist unge... Wer klaut mir denn da? So sauer. Da hat sie das Spiel gedacht, Jo! Ihm werden zweimal allein geklaut. Oh, ich hab ne gute Idee, ja. Ich geh einfach zu irgendwas, was offen hat, zu ner Tankstelle oder so und klaut einfach. Ich mein, Borg war einfach fisch. Du bist ein krimineller Bart. Klopapier. Jetzt ernehm ich mal in Barcelona mehr. War ich auch so. Das ist grünen. Oh, Chiara! Hat mein Grün einfach weggedrötet. Wie kann das denn sein, dass ich jetzt vom zweiten auf den neunten fliege? Mann! Wenn du einfach nur vorbeigefahren wärst, hätte sich der Rote nie getroffen. Fährt er durch mich durch. Einfach vorbeigefahren. Ja. Tim Horus, weißt du, das ist Karma. Ey, wer ein Panzer nach hinten wirft, ist Schmuck. Die Map ist doch... Ja, da... Hast du gesagt, wer ein Panzer nach hinten wirft, ist Schmuck? Ja. Klassisch. Wer lässt da Platz? Der bin wohl ich? Oh! Was zur Hölle war das? Und jetzt bin ich runtergefallen. Ich schieße es für die Schmuck, wenn du jetzt vorbeigefahren bist. Oh! Ich schaffe das! Ich schieße euch, ey. Was ist das? Junge, das war die beste Banane ever. Ey, du hast die Banane und dann trötest du mich noch von der Strecke. Ich bin schon wieder auf dem Lef. Das ist heute abgesprochen, oder? Junge wollte damit vorbeiziehen. Ich war heute schon zweimal Erster und einmal Zweiter. Tim, du bist so cracked! Oh, ne! Doch! Man! Du warst oft genug Erster heute. Es reicht jetzt auch wieder. Warum klaue ich mir meine Items zu machen? Ich kündige die Freundschaft Bart Ich war unsichtbar Hey Crunchy Warum ist es immer so mit dem Roten? Weiß ich nicht Was denn jetzt schon wieder? Guck mal, wie schaff es denn alle Münzen zu dort schicken? Ne? Einmal Mann Das hat mich auch gar nicht abgeholt gerade Jetzt ist das hier um die Volk Ach scheiße ey Ah Ja noch, ach komm Ja, klar Ey, das ist ja so frech Ey, das ist ja so frech Ich will diesmal die abkürzen mich nehmen so Ich war 99% Erster und dann kommen Rot, Rot, Blau, Rot, Rot Das war ja das perfekte Ende Das ist ja absolut rigged Ich wurde so hart gemariokadet gerade Schlimm ist, der erste Rote ist, du ich meine zwei Bananen durch Dann kam noch ein Roter, dann eine Blaue, dann noch ein Roter Nein, warum da, du? Doch Leon, es geht gut durch dich hier Ich lass dir, ich lass dir, ich lass dir Blast Blast darf die Punkte haben, aber du nicht Nein Ach nö, wow Ich da nicht explodiert bin gerade Wie viele Varios kann ich treffen? Ah, bin ich daneben gefahren leider Niki Alle Menschen in dieser Lobby, ich liebe euch zuerst Oh, das war ja einfach geiles Zeichen Stern hat auf und einer Banane auf Ich weiß das auch nicht Ich muss mit dem Bullet Bill hier mal eben durch Leider, muss kurz durch hier Warum bist du denn so? Warum bist du denn so? Es tut mir leid, ich kann den ja nicht lenken Leon Ich hab den Bullet Bill nicht gewählt Der Bullet Bill hat mich gewählt Jetzt ist wieder eine Banane Ich drehe am Rack Jetzt weg doch eu, Digga Gut überholt, Blast Hey, das ist ja sogar auf Chiara geflogen Nee Was, das war doch voll gut, Chiara Ja, aber ich brauch Schutz Der hat nix zum Abwehrenblast Schieß doch nach vorne Schatz? Nein, warum hab ich das gemacht? Ach so, Entschuldigung Da kommt 5 Sterne oder so Lass sie mal gewinnen Lass sie mal gewinnen Hey Die Banane ist runtergefallen Ich bin drüber gefahren Das ist unglaublich Oh zu viel Feuer Lalo, wolltest du kein Item? Ich krieg ne zweite Runde wieder Zweitenselbisch Ja oder halt Hey Franzi Pass mal auf meinen Grünen auf ganz kurz Apropos Wand Mach auf Lesk Mach auf Lesk Franzi Und Warum wirfst du das denn nach hinten? Was hab ich dir denn getan? Sag mal Franzi hasst mich Ich mag diese Map nicht Die Map mag dich auch nicht Ich will die gleich noch Nee, mag sie auch nicht Mein Nemesis Mein Nemesis Warum nicht Weil ich nicht mehr auf der Strecke war Dalu Card Schmeißt die Roten Leute Auf Dalu Mann, ihr könnt euch doch nicht gegenseitig vernichten Oh Gott Gerotet Unglaublich Ey, das ist Ach man Unglaublich Franzi kurz davor Dalu zu holen mit 3 roten Dann schießt Leon alle 3 roten auf Franzi Und dann hat keiner mehr Roten Ich weiß ja nicht ob das stimmt Leon Das Da würde ich gerne Jonathan Frakes fragen Besteht die Lava eines Turkans wirklich aus geschmolzenen Tomaten? Ja Was? Was? Ich dachte Chili Kannst du das Gegenteil beweisen Tim? Hm? Kannst du? Nein Kannst du nicht Hast du schonmal Lava genommen und gekostet Ja Hast du schonmal gekostet Tim? Ich glaube nicht Nee Dalu Ich geb Chiara jetzt den roten Mir reicht's Für die Abkürzung Let's go Nee Es ist nicht so So Lass mich Lass mich Lass mich Ich spiel die ganze Zeit für Dann kommt der nächste Roten an Versuch die ganze Zeit Chiara weg zu hauen Und dann kann ich gerade vorbeifahren Und dann krieg ich den roten Danke Franzi Wir müssen jetzt zusammenspielen Wir sind Team jetzt Franzi Tim kannst du auf meine Bombe aufpassen? Nein Wer trötet denn da? Ja ich Ich dachte ich kann die Bombe tröten Dalu Kannst du auf die auch noch aufpassen? Ahhhh Ok Da geht der da geht der Da geht der da geht der Crunchy mach ein bisschen Platz jetzt Ok geht auch so Wunderwaaar Juhu Ich bin auch Nein Nein Jawohl Ich bin auch noch Zweiter Junge Was? Na ja Du bist Dalu war gerade 20 Punkte vom zweiten Tim Baby Park Warte ich bleib mal kurz stehen Ich will nicht erster sein Das ist scheiße auf der Strecke Fühl ich nicht Ist unbelohnt erster zu sein und am Ende noch letzter zu werden Fühl ich gar nicht Nein Ich kriech nichts Seriöses Ich hab auch nichts Nein Ahhhh Hauptsache noch ein Bumerang für Franzi Vielleicht Nein Kann auch sein Oh nein Jemand hat mich Das war der beste Rode Panzer Ich wär runtergefallen Ich hab bei der Lobby immer so das Gefühl Dass Leute miteinander konversieren Aber Bart immer so im Hintergrund mit sich selbst redet währenddessen Ich hab auch Oh ne ey Geh weg So habt ihr alle Sterne Ach Crunchy Ich wollt doch auch ein Item haben Ohhhhh Die Elite trifft sich oben Scheiße das ist wieder ein spannendes letztes Rennen jetzt Ja 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 Sie sagt ja nur ungern aber ich finde Vles wir sollten schon ein Team Dalu war schon oft genug erster Okay ich team mit Dalu Das fand ich zu dreist Chiara jetzt reicht's mir Das letzte spannende Rennen auf Excitebike Arena Vles wir beide gegen Chiara und ich schenk mir den Sieg Ich schenk den dir gerne Hauptsache Chiara bleibt unter mir Mir ist das komplett egal Ja 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 ich hab jetzt hier leichte Probleme Crunchy du musst hier mal aus dem Weg ganz kurz Ja Doch doch Es ist immer Vlesk Das gibt's ja nicht Immer ich? Warum? Weiß ich nicht Der blaue Yoshi ist aber auch sehr auffällig muss ich sagen Ich will dir nichts antun Ich werde dir nichts antun Nee ich könnte den Sieg Ich muss mal gucken wo Gege ist Kann er da? Ja Ich such Chiara auch gerade ich hab hinten angefangen aber ihr ist die noch nicht Nein Wer schießt denn der Rote? Gott Kann nur Vles sein Das ist doch Quatsch Du nein Chiara schießt Warte kurz Ich schießt Nein Leon sabbutiert für Chiara Ja Danke Leon Team Hamburg Team Hamburg Vlesk kannst du bitte gewinnen Vlesk du musst das holen Team Schummeln Ich fahre Du musst das holen Vlesk Ich hab das Ich hab nur ne Münze bekommen Roter nach hinten Nein Mann Hä Mit Münze am Ende Chiara wer? Also Leon Das ist nicht erlernst Leon oder? Leon Das ist einfach ne Frechheit Nächstes Mittwoch wieder später Ja Ja Gerne Ja 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 Ja